Hallo, herzlich willkommen in der Oberberg-Fachklinik Marzipanfabrik. Schön, dass du uns kennenlernen möchtest. Eine seelische Erkrankung kann jede Familie treffen. Wir behandeln nahezu das gesamte Spektrum Kinder- und Jugendpsychiatrischer Krankheitsbilder. In der Oberberg-Fachklinik Marzipanfabrik stehen wir für therapeutische Vielseitigkeit auf der Grundlage evidenzbasierter Medizin, sowie einer ganzheitlichen Betrachtung der Kinder, Jugendlichen und deren Familien. Unser Behandlungserfolg beruht auf der engen Einbindung unserer PatientInnen und deren Familien. Wertschätzung und Transparenz sind die Basis unseres partizipativen Konzeptes. Der gemeinsame Austausch führt zu einem besseren Verständnis psychischer Erkrankungen. Wir kommunizieren mit unseren PatientInnen und deren Familien stets auf Augenhöhe. Einige MitarbeiterInnen unseres Teams möchten wir dir jetzt gerne vorstellen. Das Pflegen und Begleiten Team unterstützt dich ab dem Aufstehen und ist bis zum späten Abend an deiner Seite. Durch die offenen Lobbys mit integriertem Arbeitsplatz ist das Team für dich jederzeit ansprechbar. Als Co-TherapeutInnen greifen wir mit dir deine Therapieziele auf und erarbeiten mit dir schrittweise die Rückkehr in einen erfüllten Alltag. Das Open Staff bietet dir die Möglichkeit zuhören zu dürfen, wenn wir über dich sprechen. Wenn du möchtest, kannst du dich jederzeit einbringen, uns korrigieren oder ergänzen. In der Marzipanschule unterstützen wir dich, deine schulische oder berufliche Perspektive zu prüfen und bei Bedarf neue Wege zu gehen. Hier kannst du mit unserer Begleitung die Rückkehr in deine Stammschule planen. In der Einzeltherapie geht es um den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung. Mit dieser Grundlage ist es möglich, zentrale Themen und Problemfelder mit Kindern und Jugendlichen nachhaltig zu bearbeiten. Im geschützten Rahmen der Einzeltherapie können wir uns gemeinsam mit den Patientinnen den für sie bedeutsamen Themen behutsam nähern, was zu einer deutlichen Entlastung und Besserung führt. Die intensive Einzelpsychotherapie wird bei uns durch verschiedene Gruppentherapien ergänzt. Der emotionale Zusammenhalt in der Gruppe und das gemeinsame zwischenmenschliche Lernen werden von den Kindern und Jugendlichen als besonders heilsam erlebt. Die Kinder und Jugendlichen können von den Erfahrungen und Impulsen der anderen profitieren und neue Verhaltensweisen in der direkten Anwendung miteinander erproben. Unsere Fachtherapien arbeiten eng zusammen und ermöglichen dir ein buntes therapeutisches Angebot. Alle Fachtherapien kannst du in einer Gruppe oder im Einzeltermin erleben. Die Kunsttherapie ermöglicht dir, Gefühle und Erlebnisse in Bildern auszudrücken. Die Ergotherapie bietet dir, deine Handlungsfähigkeit im Alltagsleben wieder zu stärken. Gemeinsam erfahren wir, was du mit deinen Händen alles schaffen kannst. Tanztherapie bedient sich einer unserer ureigensten Ressourcen, dem Tanz. Deine Selbstwahrnehmung steht hier im Mittelpunkt. Mithilfe von basalen Bewegungen erlebst du dich selbstwirksam und deinen Gefühlen nah. Schnell, langsam oder innehaltend in Zeitlupe. Ziel der Tanztherapie ist es, für dich neben der Wortsprache, das Äußern von Emotionen sowie Herausforderungen, durch deinen Körper erlebbar zu machen. Die Yogatherapie in der Marzipanfabrik ist eine Einladung an dich, in Beziehung mit dir selbst zu treten. Du kannst in einem sicheren Raum deinen Körper und Geist wahrnehmen, dich ausprobieren, dich spüren. Yoga unterstützt dich dabei, dich so zu akzeptieren, wie du bist, deine Gedanken zu beruhigen, entspannter zu werden, dir zunehmend Zutrauen zu schenken und an den Herausforderungen zu wachsen, die das Leben für dich bereithält. Die Behandlung von PatientInnen mit Essstörungen ist uns ein besonderes Anliegen. Wenn Nahrung nicht mehr Quelle von Energie und Lebensfreude ist, bieten wir eine multimodale und individuell zugeschnittene, leitlinienorientierte Therapie an. In der Ernährungstherapie und beim gemeinsamen Kochen kann eine Annäherung an einen gesunden Umgang mit dem Thema Essen gelingen. Unser Ziel ist es, Geist und Körper wieder in Balance zu bringen. Die Wortkunst, die hier im Treppenhaus zu sehen ist und von dem Wortkünstler Ruprecht Mattis in Zusammenarbeit mit allen Kindern und Mitarbeiterinnen entstanden ist, ist ein unmittelbarer Ausdruck und Bezug, sowohl zu unserer sprechenden Medizin als auch zu unserem Prinzip der partizipativen Kinder- und Jugendpsychiatrie. Bei uns in der Klinik ist es wichtig, mit welchen Worten gesprochen wird. Und das bezieht sich auf alle therapeutischen Prozesse. Wir sind die Oberberg-Fachklinik Marzipanfabrik und wir alle teilen eine gemeinsame Überzeugung. Für jedes Kind, jeden Jugendlichen und jede Familie gibt es einen Weg für ein liebevolles Miteinander und mehr Lebensfreude. Wir sind für dich da. Wir sind die Oberberg-Fachklinik Marzipanfabrik. Wir sind die Oberberg-Fachklinik Marzipanfabrik. Wir sind die Oberberg-Fachklinik Marzipanfabrik.